Christian, wenn man so virtuos mit einem so schweren Instrument umgehen kann, dann braucht man viele, viele Jahre. Bei uns Pianisten sagt man, wir müssten mit fünf, mit vier, mit sechs Jahren anfangen, aber das ist auch schon das Mindeste, um irgendwann mal so schnell spielen zu können, dass die Kritiker was Nettes über uns schreiben. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich started, wenn ich war, 17 Jahre alt. 17? Ja, ja, 17. Sehr spät. Und damit mit 17 Jahren und jetzt ist er der weltberühmteste Posanist. Wie ist das möglich? Ich bin sehr begeistert für mein Instrument. Also, Christian Lindbergh hat etwas bearbeitet für Sie und das hat auch was mit Weihnachten zu tun. Das ist nämlich, sind Variationen über? Über Morgen kommt der Weihnachtsmann. Richtig. Von Mozart sind diese Variationen, aber Sie werden sie in einer ganz neuen Fassung jetzt für Posaune mit etwas obligatem Klavier hören. Ja, genau. Ja, genau. Musik 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 Musik